Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nioh 2 Remastered. Wir befinden uns beim Schüler des Tingu. Fragmente des heiligen Zweigs in Stütter eines gesegneten Baumes und dienen als heiliges Gefäß für religiöse Rituale. Als solche besitzen sie göttliche Macht, mit der du an deinen Ausgangspunkt zurückkehren kannst. Dies hat jedoch seinen Preis. Du solltest dir sicher sein, dass du bereit bist, ihn zu zahlen. Fragmente des heiligen Zweigs. Eigentlich behalten wir noch seine Amrita da. Wir haben schon lange nicht mehr mitten in der Mission angefangen. Wir haben diesen Herren hier dabei. Hallo Herr. Sie haben auch die William Gedächtnissträhne, so wie ich das sehe. Wir scheinen uns sehr gut zu verstehen. Wo sind wir? Warum sind wir hier? Wollen wir erstmal gegen den hier kämpfen, um wieder reinzukommen. Wir haben eine Sensor auf dem Buckel. Es ist voll viel losgerade. Scheinbar bin ich sehr stark. Aua! Doch gestern erst gespielt. Ja, geht doch. So, wir waren hier unten. Wir haben hier, glaube ich, alles abgegrast, gell? Wir können trotzdem erstmal mit dem Reinzukommen die hier machen. Außer, die macht es viel zu viel Spaß, die zu vermöbeln. Du bist mir überhaupt keine Hilfe, du Dödel, ey. Du bist ein richtiger Dödel. Farmer Boy. So. So. Joko-Becher. Na toll. Bei Callisto stand, du bist nicht du, wenn der Controller nicht leer ist. Das stimmt, wirklich. Wie oft einfach mein Controller leer ist. Na gut, das macht nach der Folge. Ich muss nur dran denken. Gibt es hier noch irgendwo andere? Ach, die wird... Ach, wir sind hier. Gegen den hier können wir mal kämpfen. Musst du gar nicht. Oh. Nein. Ah. Jetzt muss ich doch was nehmen. Mist. Eigentlich wollte ich nichts nehmen. Und der braucht ewig für diese kleine Krabbe. Oh Mann, ey. Sowas kann ich ja leiden. Ach, ist doch hier so ein anderer. Ein Roku-Rogobi. Geht doch. Ja, stimmt. So viel ist nicht mit dir. Hä? Ach, hier war ich noch gar nicht. Müssen wir da hin? Bin ich jetzt ungewollt richtig gelaufen? Vielen Dank. Ich sehe nichts Ich sehe wirklich nichts, hör mal auf Also man kann von hier direkt runter Nein, wollen wir aber nicht So, hier geht's auch weiter Okay, okay Oh, ein riesen Krabby Oh, ein riesen Krabby Oh, Mann, Mann, Mann Oh, eine Miez Das muss man merken Also hier ist eine Miez Man muss auf jeden Fall hier hin Hm Okay Ich überlege nur gerade Was ist unser Ziel? Leuchtet die Yukai aus, die die Gegend terrorisieren Ja, das ist ein sehr starker Überbegriff von irgendwas Weil da leuchtet ja auch so viel So, was damit zu tun? So Was ist denn das hier für ein Speicherpunkt überhaupt? Achso, von hier kamen wir her Okay Och Der Typ wartet noch da unten jetzt Sag mal Ach, dann lebst du halt weiter Das ist mir auch egal Das ist die Hütte, bei der wir gerade waren Okay, wir werden mal speichern Und dann gehen wir zu der Hütte Ja, das ist ein sehr weiterer Topik Zum Levelaufstieg Oh Der schon wieder, aber der bringt halt viel, gell Wir machen erstmal den Rokorokopi So Hier vorne haben wir Oh Oh Holen wir erstmal Semit Und gucken mal, was wir hier machen sollen Ah Ui Was ist jetzt passiert? Oh nein Der doofen Skelettkrieger Hat für ein Blödi ja Hä? Hä? Haha Gerade mal geschlüpft und schon niedergemacht So Jetzt ist natürlich leider die Miets weg Ach nee, die Miets ist noch da Er hat sich doch nicht lange ausgehalten Ich bin Das war's für heute. Oh! Ich muss mal so viele hier mitnehmen wie möglich. Oh oh! Oh! Wird ein Skelettkrieger! Okay, ich will aber trotzdem so viele wie möglich von denen mit in den Tod reißen. Okay. Den ist natürlich leider jetzt nicht mehr da. So. So. Sollen wir uns mal noch so einen holen hier? Komm, wir holen uns mal mal Fancy Coffee. Oh! Ich muss mal einen Kaffee nippen hier. Fancy Coffee gehört jetzt mit zu uns. Ich habe gerade mal meinen Coffee gefanzt. Und jetzt gucken wir mal. Hauptmission geht ja ohne. Alles andere dürfen wir mit. Alright. Bist ein ganz gerechtes Spiel. Ich bin nur ein Geflaschern. Hier ist mein Geflaschern. Ich bin nur ein Geflaschern. Ich bin nur ein Geflaschern. Das war's für mich. Oh, Koffi ist gestorben. Wieso kann ich ihn nicht rufen hier? Wo ist denn der andere? Lebt der noch? Hä? Wo ist er denn? Ach da! Ach Junge! Willi, ich kann dich jetzt nicht rauslassen. Das funktioniert nicht. Nein! Nein, das geht jetzt nicht. So, Elixir ist unser. Xubi! Au! Ich kann dich nochmal umbringen. Oh! Oh! Okay. Ach, da ist er wieder. Is fällt jetzt wieder. Oh, es geht sogar noch weiter. Oh, ich wusste gar nicht, dass es jetzt noch weitergeht hier. Okay. Komm, wir nehmen uns mal Alien mit. Da. Hauptmission machen wir wieder ohne, gell? Ist ja klar. Ach, das ist der letzte schon. Hä? Hä? Warum ist denn er so da immer böse? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Müssen wir den jetzt umbringen? Warum? Was ist mit ihm kaputt? Hä? Hä? Was ist denn sein Problem? Was ist denn das Problem? Hätte man jetzt hier ihn und ihn angreifen, also ansprechen können? Dann sollte diese sogenannte Yukai-Jagd nur dazu dienen, einen Zeugen zum Schweigen zu bringen. Dieser Kage-Toki war ein echter Schuft. Wenn sein Ende doch nur das Ende unserer Probleme wäre. Kann das sein, dass sie jetzt ein bisschen hier schludern? Aber die Worte dieses letzten Yukai bereiten mir Sorgen. Ich hoffe nur, dass First Yoshitsune keine unmittelbare Gefahr droht. Hä? Blut im Wind und haben wir nix. So. Was haben wir alles bekommen? Oh. 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 Kuh-Hool. Ne, was zum Haare zum Essen haben wir leider nicht. Schauen wir mal zum Teehaus. Haben wir etwa einige Tee-Utensilien? Es ist wundervoll, oder? Wahrlich wundervoll. Das hat er noch nie gesagt, oder? Das ist in der Tat prächtig. Kara-Monu-Nasu. Da, was zum Haare zum Leben. Was zum Haaren. Der, was zum Haare zum Beißen? Die, was zum Haare zum Verstehen? Da, was zum Haare zum Bewuschstag? Das ist der, was zum Haare zum Leben. O-Gon-Ten-Moku. Was haben wir denn alles eingesammelt? Er hat noch nichts weggeschmissen. Irgendwas ist heute kaputt, glaube ich. Katade. Vielleicht liegt es daran, dass heute der vierte Advent ist und er wollte nichts Böses. Als das erste Grüne tatsächlich, dieser chinesische Teebälder ist nach der Aubergine, Nasu, benannt, der er mit seinem runden Körper und der engen Öffnung ähnelt. Von der Einführung des Teetrinks in Japan bis zur späten Moro-Machi-Zeit wurden für Teezeremonien nur chinesische Teeschallen verwendet. Das heißt, dass die Teezeremonie den Besitzern dieser edlen Stücke Gelegenheit gab, sie vor ihren Gästen zur Schau zu stellen. Auf jeden Fall sind wir das. Wir gehen mal zu unserem Waffenschmied. Wir haben einen uralten Dings gefunden. Ist aber egal eigentlich. Denn wir wollen lieber unsere Rüstung machen. Wir haben Beinschienen des Fährmanns. Wir haben einen Haufen Pluser. Wir gucken erst mal hier. Wir haben hier unser Jureki-Helmchen. Wir könnten die beiden benutzen. Habe ich hier noch irgendwo? Hier. Machen wir erst mal unser Hütchen hoch. So, unser Hälmchen ist nun wunderschön. Hier. Oh, hier. Von wegen. Beide Schnulli. Okay. Das war es eigentlich. Ich habe immer noch einen Kyras. Nö. Hier können wir erst mal nichts mehr reißen. Dann gehen wir jetzt zur Waffe über. Ich glaube, hier können wir aber auch nicht... Wir haben halt das hier. Wir haben halt so gut wie nichts mäßiges Plusiges. Nö. Nicht so wirklich. Nee, das habe ich alles schon verbraucht. Hm. Bringt alles nichts. Okay. Dann werden wir tatsächlich gehen. Und werden noch ganz schnell in den Level steigen. So. Und hier auch. Ach, wir haben auch schon ewig nicht mehr nach den anderen, nach diesem Talismännern geguckt. Ich glaube, da fehlt noch was. 1.480.000 waren es, glaube ich, gell? Axis Wars. Wir haben auch gar nicht so viele Axis Wars. Hm. Ah, so. Jetzt müsste es reichen. Plus zwei. Ja, nehmen wir. Ob wir am Ende irgendwann bei 100 sind? Kommt man da noch weiter? So, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund. Und morgen werden wir mal nach Osten ziehen. Das war Osten, oder? Ja, nach Osten ziehen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.